Willkommen zu Plus Minus, unserer ersten Ausgabe im neuen Jahr aus Hamburg. Wenn Sie sich heute Abend vor dem Schlafengehen die Zähne putzen, haben Sie möglicherweise nachher Plastik im Mund. Denn in Zahncremes sind oft winzige Plastikkügelchen, die mit dem bloßen Auge gar nicht zu sehen sind. Die sollen helfen, die Zähne besser zu reinigen. Dieses Mikroplastik ist auch in einigen Duschgels oder Gesichtspeelings drin, allerdings auch in Lebensmitteln. Doch was haben die da bitte verloren? Es kann Ihnen passieren, dass Sie auf einmal auf einer riesigen, abgeholzten Fläche stehen, mitten im Nationalpark. Denn dort wird Kahlschlag betrieben. Das Land Nordrhein-Westfalen braucht Holz, um es zu verkaufen und holt es sich offenbar auch aus dem Naturschutzgebiet. Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen hat uns gestern Abend noch einmal geschrieben, dass wirklich kein Zusammenhang zwischen den Kahlschlägen in der Eifel und den strittigen Holzlieferverträgen bestünde. Über Lieferverpflichtungen müssten jetzt die Richter in Brüssel entscheiden. Wir könnten momentan fast Frühlingsgefühle in Deutschland bekommen. Es ist mild, von Winterwetter keine Spur und es macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Im Dezember waren weniger Menschen arbeitslos als erwartet. Gestern hatte die Bundesagentur für Arbeit die neuesten Zahlen vorgelegt. Und da wurde auch Bilanz für das gesamte Jahr 2013 gezogen. Das wiederum beschrieb Bundesagenturchef Weise allerdings als nicht ganz so. Doch wie wir alle wissen, wahr sagen kann keiner, schon die kleinste Veränderung kann den guten Prognosen einen Strich durch die Rechnung machen. Mein Kollege Daniel Satra blickt jetzt nicht in die Glaskugel, sondern auf die Reaktion.